Und damit herzlich willkommen zurück hier zu God of War. So, hier sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Gut, haben wir das hier schon geblündert? Das haben wir schon geblündert. So, wir können hier entlang. Was gibt's denn hier? Was? Was hat er denn geballert? Hab ich aus dem Fähig gedrückt? Hm, keine Ahnung. Ich könnte ein Tier davon erhören. Okay, let's go. Runter mit dir, Kleiner. Oh, oh. Ich kann leider nicht... Nein. Oh, oh. Um genauer zu ziehen. Ich halte L2 gedrückt, um genauer zu ziehen. Können sie mit Pfeile schießen. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist er auch. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Ich glaub, der war wirklich magisch. Der Pfeil ist wirklich aufgebrannt. Das war nicht unsere Schuld. So, gibt's hier sonst irgendwas? Oh, ein Blümchen. Kann ich das mitnehmen? Ein Blümchen für die Dame. Was ist hier passiert? Da liegen Leichen. Leichen, Leichen, Leichen. Ach, du Scheiß. Die wurden niedergemetzelt hier. Ich nehm mal lieber die Axt in die Hand. Mein weiß ja nie. Na toll. Was los, Kollege Schnürschuh? Was willst du denn von mir? Hier. Ciao, mein Sohn. Hacksilber. Nice. Dankeschön. Warte mal, was war das? Okay, warte mal kurz. Ich will mich hier noch ein bisschen umklotzen. So, ihr kennt mich ja, ihr Lümmel. Aber ich glaube, hier gibt es nichts. Nö. So. Alles klar, dann heben wir mal hoch das Ding. Weg damit. Okay, jetzt aber, Kleiner, komm. Da bin ich mal gespannt. Muss ich jetzt wieder schießen, oder macht er das selber diesmal? Verlieren nicht. Nice, diesmal hat es geklappt. Er hat sein Messer verloren. Hm, wie er knurrt. Er ist gerade ein bisschen sauer. Mensch, da hat er doch nicht so hart mit dem Jungen. Die Reise, der Weg zum Arterus fänden. Ach du Scheiße, ich glaube, der ist weg. Warte mal. Gibt es hier irgendwas? Da kann ich mich auch langen. Oder? Nee, hier kann ich dann leider nicht langen. Oh, oh, da ist doch bestimmt was passiert. Ja, ich bin schon alt. So schnell kann ich schon rennen. Wo geht es denn hier lang? Äh, warte mal. Ach, hier. Warum wartet der Kleine nicht? Warte mal. Ich muss mal hier umgucken. Was gibt es denn hier? Ja, ja. Lass mich doch mal kurz hier in Ruhe gucken. So. Die Musik. Richtig geil. So. Wo ist er denn? Okay, jetzt nach rechts. Wir gehen nach links. Aber hier gibt es nicht nix. Nicht mal Hapsilber. Hapsilber. Hacksilber. Einfach gar nichts. Dass er immer vorstürmen muss. Mensch, Mensch, Mensch. Dieser kleine Lümmel. Wahrscheinlich rennt er dann wieder irgendwie in eine Falle oder so. Oh, oh. Lauf, Gratus, lauf. Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten. Bitte. Halten. Er verliert Blut. Die Valtek. Oh, der Arme. Oh. Und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es, es tut mir so leid. Weiter Druck ausüben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Wenn ich zwei gedrückt habe. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt ziehe sie zusammen. Aneinander. So nah. Fuck. Ich hoffe, es hat geklappt. Hier kann ich ihr nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Natürlich. Er darf nicht sterben. Gut. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greisa. Hier lang. Der Hexe folgen. Okay, das machen wir mal. Oh, der arme Kerl. Der ist so süß. Ja, ich trag dich, mein Kleiner. Es tut mir leid. Entdeckt. Hein, der Zuflucht. Ich habe euch hier im Wald noch nie gesehen. Mit PC-Grafik. Nicht darin. Darunter. Unterm Baum. Hey, Billy. Yo. Alles klar. Das ist eine Schildkröte. Hallo, Schildi. Wie geht's dir, Kumpel? Oh, ist der süß. Ist der cool. Eine Baumschildkröte. Na, wie geht's dir denn, mein Großer? Ich hoffe, du hast heute schon gefrühstet. Na du. Ja. Du bist ein ganz Süßer. Ich komme gleich nochmal raus und schnack mit dir ein bisschen. Aber erst mal müssen wir hier den Eber retten. Ist gut, ist gut. Halt still. Halt still. Du kommst nicht auf den Grill. Boah, ich glaube, er hat Schmerzen. Beruhig dich, Großer. Beruhig dich. Es wird dir gleich besser gehen. Junge. Ich brauche zwei Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Was noch? Ich. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst ihn nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Gartenschaumkraut. Okay. Noch nie gehört. Blumen mit weißer Blüte pflücken. Sehr männlich. Aber gut. Wir haben es vermasselt, also müssen wir es auch holen. Ist das hier vielleicht? Weiße Blüte. In ihrem Garten. Wo ist hier Garten? Ah, da. Da. Da haben wir es doch. Rein damit. Okay, das war's. Das war's schon. Wir müssen Mr. Eber retten. So. So, ich bin zu Hause. Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Okay, wie komme ich denn da hin? Warte mal, muss ich außen rum gehen? Okay, dann gehen wir mal zum Kleinen. Wo ist er denn? Er ist weg auf einmal. Aterus. Wo ist er denn hin? Der war doch eben noch hier. Bin ich so ein Lümmel. Die Frage, ist es da hinten? Nein. Wo ist er denn? Hm. Was ist er hier? Er ist wahrscheinlich hier vorbei, als sie rein sind, oder? Oder auch nicht? Hm. Komisch. Ich kann ja... Ist er hier runter vielleicht? Ich finde, dass das riecht hier. Oder der Eber. Das ist süß. Hm. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er vorne raus vielleicht? Er ist weg. Ich habe echt keine Ahnung, wo er hin ist. Wir müssen doch den Eber retten, Mensch. So. Komme ich hier überhaupt raus? Das ist die Frangie. Nö. Dann muss er doch hier irgendwo sein. Wo ist denn dieser kleine Lümmel wieder? Der hat nur Unsinn im Kopf. Auf, ey. Nimm dich die Ohren lang, wenn ich ihn finde. Er kriegt richtig die Ohren langgezogen. Na komm. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Hä? Der war doch eben nur nicht da. Oder bin ich einfach vorbeigelaufen? Nein. Hilft das ihr? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde jetzt besser aufpassen. Er sagt immer noch... Oder Junge. Mensch. Ich glaube, wir müssen aber nochmal üben. Toller Gott, der nur zwei Sachen sagen kann. Magie. Dann gehen wir. Halt. Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor... denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena Meier-Landrut. Hey, Millie. Jo, die hat's voll drauf. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten. Und dann auf das Licht zu. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Hexen-Kombus. Hexen-Kombus. Okay. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Na toll, das konnte ich nicht vorlesen. Weil sie die ganze Zeit reingequatscht hat. Mensch, Mensch. So, im Bereich entdeckt. Hexenhöhle. Okay. So, aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschö mit ö. Und bis zum nächsten Mal.